Der war nicht schlecht. Ja, aber ich bin näher dran. Nee. Wie bitte? Ja? Ja, warum? Mario! Cheerio? Mario? Der Dieter Swabio-Rater wird sehr schnell vergriffen sein. 100%ig das Klebeband anliegen und ich habe den optimalen Anpressdruck. Ich kann optimal in die Ecke verlegen. Ich schiege an, setze mein Edding hier an und fahre dann hier entsprechend runter. Die Anwendung für raues Mauerwerk, also Unebenheiten, nimmt der Double Fit Plus.